Dass man auf der Wiese dreht, ist nichts Ungewöhnliches. Bei den meisten kommt es allerdings vom Bier, bei mir kommt es eher von den Fahrgeschäften. Und deswegen fahre ich heute schon zum zweiten Mal einen Spinning Racer. Und schon geht es wieder los. Wir starten gleich durch. Beim letzten Mal bin ich auch schon rückwärts gefahren und das habe ich gar nicht schlecht gefunden. Da sieht man wenigstens nicht, was auf einen zukommt. Andererseits gar nicht so gut. Eigentlich gar nicht einmal so gut. Dann fährt man wieder vorwärts. Das Spinning Racer dreht sich. Je nach Gewicht. Der wird nicht gesteuert. Je nach Gewichtsverteilung fährt der auch anders. So haben wir es wieder geschafft. Und auch diesmal ein Wahnsinnspaß. Im Dunkeln hat mir der Spinning Racer ja schon gut gefallen. Aber im Hellen ist er noch viel besser. Eine Auszeichnung brauchen wir keine mehr. Aber wenn es bis jetzt auf der Wiese noch nicht genug Rad hat, der kann gerne mal eine Runde mit dem Spinning Racer fahren. Der steht in der Straße 2 aus.